Wir müssen zielen und nein, Platz Nummer 3! Aber ich will auf jeden Fall auch mal Platz Nummer 1 schaffen und dafür müssen wir uns ein Stückchen besser upgraden. Ich habe mir sogar extrem gute neue Fähigkeiten kaufen können und damit habe ich einige abziehen können. Aber ob wir gewonnen haben und welche Liga wir am Ende gekommen sind, seht ihr jetzt in dem Video. Schaut nach dem Video gerne noch bei meinem Merch vorbei und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Hey, was geht, Leute? Heute werden wir mal ein Rennen machen gegen andere Menschen. Let's go! Und es geht direkt los. Okay, wir können eine Banane spawnen und okay, ich wurde zurück teleportiert. Leute, das ist sozusagen was, also so ähnlich wie Mario Kart. Wir müssen hier zack natürlich schnell sein und jetzt haben wir ein Schild bekommen. Also wenn uns jemand angreift, dann können wir das Schild aktivieren und bam, zum Beispiel so hier, Leute. Und wir müssen es schaffen, als erstes am Ende des Ziels zu sein. Und yo, noch bin ich erst und hey, der hat uns mit dem Magnet zurückgezogen. Aber Freunde, ich kann auf jeden Fall gleich meine Gun mal aktivieren. Attacke! Boom! So, jetzt haben wir ihn, oh mein Gott, ein bisschen aufgehalten. Oh nein. So, ich bin jetzt zum Beispiel klein gewesen. Warte mal, kann ich das auch nach hinten schießen, das Holz? Oh, ich habe es nach vorne geschossen. War ja sehr clever. Und Attacke, Feuer, Run! Leute, oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Er hat uns wieder zurück teleportiert. Warte mal, let's go! Oh, okay, unser Feuerstrahl. Oh mein Gott, komm, 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 Vitamine. Ich war gerade noch Level 1. Äh, Level 1? Nein, 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 nein. Nein. Ich komme jetzt nur als Platz Nummer 3 an. Und ich glaube, David, versteht ihr, was wir heute zocken werden? Wir müssen gegen andere gewinnen. Und ihr habt es gesehen. War jetzt nicht so einfach. Wir sind Platz 3 geworden. Mist, ey. Nervt mich. Hallo, wann kommt denn der letzte Mal ins Ziel? Es würde mal Zeit, dass wir auf jeden Fall eine neue Runde zocken. Und da hinten kommt der letzte. Alter, wie lange brauchst du denn? Ja, ich bin ja da. Und ich habe 70 Sekunden gebraucht. Und natürlich können wir uns damit leveln. Okay, Freunde, das war zumindest die erste Runde. Und hier gibt es dann so in der Lobby ganz, ganz coole Sachen, die wir machen können. Zum Beispiel Power-Ups kaufen. Das rollende Holz kann zum Beispiel jemanden stolpern. Die Banane kann zum Beispiel jemanden ausrutschen lassen. Damit haben wir den Tempo, was wir gesehen haben. Ein Schild schützt uns. Hier können wir jemanden zum Beispiel schrumpfen lassen. Und der Magnet zieht alle, die vor mir sind, rückwärts. Und wir können natürlich immer, immer mehr freischalten. Ich würde sagen, komm, für 99 Robux schalten wir mal frei. Los, Leute. Ich meine, dafür bräuchten wir Level 15. Aber kommt schon, Leute, wir machen das einfach mal. 99 Robux, ist doch okay, oder nicht? Hier haben wir einen giftigen Go. Oh mein Gott, den können wir jemanden vergiften. Und hier können wir ihn jemanden verwirren. Dann läuft er anstatt vorwärts, rückwärts. Okay, Haustiere gibt es zum Beispiel auch hier. Ich kann mir zum Beispiel mal ein neues Grasei kaufen. Und was bekommen wir? Wir bekommen eine Katze. Miau, miau, miau. Okay, die sind leider noch gesperrt. Dafür brauchen wir Level. Oh Mann, ey, ist ja voll langweilig. Und wir können uns hier zum Beispiel VIP kaufen für 399 Robux. Und jetzt haben wir zum Beispiel das neue Haustier bekommen. Wie viele Haustiere können wir eigentlich ausrüsten? Yeah, wir haben zwei Haustiere. Und das über meinen Namen ist zum Beispiel meine Liga. Er ist zum Beispiel in der Gott-Liga. Er ist zum Beispiel in der Königsklasse. Aber Leute, ich würde sagen, wir gehen wieder zu den Spielmodis. Und da seht ihr übrigens die Ligen. Ich bin in der Stein-Liga. Mann, das ist ja übel langsam. Ich würde sagen, wir. So, jetzt zeige ich den drei anderen Leuten mal hier, wo der Hammer hängt. Ja, okay, der hängt im Garten. Ich weiß, ist ja in Ordnung, Leute. Aber lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Und es beginnt. Let's go. So, okay, wir müssen wieder zack den Speed aktivieren. Und okay, was haben wir als erstes? Das Holz. Okay, alle, die vor mir sind. So kann ich bam treffen damit. Und haja, ich habe jemanden getroffen. Let's go. Du auch noch. Oh nein. Ah, das war diese. Oh nein, diese Verwirrungstaktik. Naja, gut. Okay, hier haben wir Gift. So, okay, okay, wir haben ihn vergiftet. Aber Leute, wir müssen dranbleiben. Komm, komm, komm. Let's go. Nein, er hat uns schon wieder verwirrt. Oh mein Gott, die Verwirrung ist echt misschwierig. Hallo? Kann mich jemand mal hier rausholen? Und ich bin unsichtbar. Okay, das bringt mir jetzt zwar irgendwie gerade gar nichts. Und hier habe ich zum Beispiel eine Bombe gelegt. Bringt mir irgendwie auch nichts. Mann, Leute, komm, wir müssen es schaffen. Ach, Mann, ey. Ich will nicht schon wieder Platz drei werden, Leute. Verwirrung. Oh nein. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, Leute, ich kann nur noch meine ganzen Items benutzen, die ich habe. Let's go, Verwirrung. Aber nein, es reicht leider nicht mehr. Wir kommen als Platz Nummer drei wieder an. Oh Mann, Platz Nummer drei ist so langsam und schlecht. Okay, ich meine, wenn ich mal gucke, ich spiele gegen Leute, die Level 35 sind. Leute, ich bin Level drei. Das ist übelst unfair. Oh Mann, ey. Ich bin wieder auf dem dritten Siegerpodest. Oh doch, nee. Ich spiele schon wieder gegen die zwei Gleichen. Die sind Level 35 und 33. Das ist übelst unfair. Aber diesmal lasse ich mich nicht abhängen von denen. Let's go. Erster Platz bis jetzt noch. So, Verwirrung. Haha. Ciao, ciao. Da läuft ihr erstmal in die falsche Richtung, oder was? Okay, Leute. Bis jetzt sieht es noch mega gut aus. Komm, komm, komm. Komm, Vitamine. So, was haben wir jetzt? Unsichtbarkeit. Ich würde sagen, das machen wir rein. Wir sind zwar klein geschrumpft, aber okay, bis jetzt sind wir noch erster. Verwirrung. Geht erstmal wieder andersrum, Leute. Oh mein Gott, Leute. Schaut euch mal unten in der Mitte an. Wir legen eine Bombe. Und wir sind noch Platz eins. Okay. Wir wurden getroffen. Nee. Och Mann, ey. Komm, komm, komm. Warte mal. Wir machen eine Minute. Ja. Er ist in die Bombe reingelaufen. Let's go. So. Komm, 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 komm. Leute, Leute. Nein, nein, nein. Okay. Er hat uns verwirrt. Aber es ist egal. Wir sind noch Platz eins. Komm, komm, komm. Diesmal ist unsere Chance, hier auch ein Spielball gewinnen zu können. Und oh nein. Nein, nein, nein. Komm, komm, komm. Let's go. Bombe. Und oh nee. Komm nicht auf die letzten Meter, Freunde. Let's go. Oh, so. Okay. Oh nein. Wir wurden wieder getrolled. Auf die andere Seite. Oh, Holz. Holz, 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 Holz. Nein. Komm, komm, komm. Und Vitamina ist erster. Nein. Hey. Nein. Und erster. Ich hoffe zumindest, wir sind erster. Also diesmal müssen wir erster sein, oder? Und Vitamina ist auf den ersten Platz, Leute. 72,44 Sekunden. Äh, persönliche Bestzeit war bei 69. Damit haben wir jetzt unsere erste Krone verdient. Und das signalisiert uns, dass wir ein Gewinner sind. Und hey, der hat eine leckere Biene. Okay, ich würde sagen, die Biene kaufe ich mir auch. Weil die Biene will nicht einfach. Wer hat eine Biene, dann will ich auch eine Biene. Bienchen, komm zu uns. Hallo, Hummel. Okay, wir können auch mal die Hummel-Ecks, äh, die geben uns sogar Boost. Oh mein Gott. Nice. Okay, das wusste ich gar nicht, Leute. Ja, hier haben wir leider noch gesperrt. Erst am Level 10. Und hier kommen später noch richtig krasse. Aber, Leute. Wir sind die Besten. Haha. Kann ich mir eigentlich auch noch eine zweite Biene kaufen? Hey, jetzt habe ich schon zwei Königsbienen. Kann ich mir sogar noch eine dritte kaufen? Leute, ich mag die Biene. Die ist mega cool. Und kaufen wir uns mal die dritte exklusive Biene. Alter, ich glaube, die werden uns alle hassen, Leute. Obwohl, eigentlich brauchen wir den XP-Boost. Und ich würde sagen, wir lassen auf jeden Fall mal eine Biene draußen. Wir machen mal einen XP-Boost. Und, ähm, Leute, die Frage ist, können wir uns vielleicht sogar... Oh mein Gott, hier können wir das Dynamit freischalten. Ich würde sagen, können wir uns sogar noch mehr freischalten, Leute? Okay, ich kaufe mir auf jeden Fall mal ein paar Coins, weil die brauchen wir auf jeden Fall. So, hier haben wir mal das Dynamit. Können wir uns sogar... Oh mein Gott, okay. Nee, die sind ganz schön teuer, Leute. Das funktioniert ja gar nicht. Und hier haben wir sogar Tintenfischfarbe. Komm, wir haben einen Sieg. Also holen wir uns mal direkt den nächsten. Okay, anscheinend rennen wir dieses Rennen nur zu dritt. Und jetzt werde ich denen beweisen, dass ich ein Profi bin. Okay, Leute, komm, komm, komm. Konzentration, wir haben nicht umsonst unsere Biene. Und, ha, ciao, ciao, ihr Loser. Und, oh, die sind ja doch so schnell. Ha, oh mein Gott, okay, verwirren. Und, ha, ciao, viel Spaß in der falschen Richtung. Okay, so, ich bin unsichtbar. Ich weiß gar nicht, das Unsichtbare... Oh mein Gott, Dynamit. Ah, Dynamit werfen wir auf jeden Fall nach vorne. Und eigentlich aktiviere ich nur irgendwie alles, Leute, was mir in die Quere kommt. Guckt euch das, Mann. Ich habe voll die gute Idee. Hier, warte mal. Bam, wir haben eine Bombe platziert. Komm, komm, komm. Geht da jeder rein? Aha, guckt euch mal rechts an. Da ist wirklich jemand reingegangen. Und ich mache hier alles voll mit Gift. Und, alter, wie viel Abstand ich habe. Okay, so, ich bin noch erster. So, wow. Wir haben den Mega-Jub aktiviert. Und, let's go. Na, wie gefällt es euch da hinten, ihr Loser? Oh Mann, ey. Ich kann leider alles nur noch nach vorne schmeißen. So, und Verwirrung. Guckt mal unten in die Mitte, Leute. Ich habe eine gute Idee. Warte mal, ich troll die. Und lasst auf jeden Fall jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und wartet mal ab. Jetzt werden die getrollt. Und in die andere Richtung. Haha. Oh, ey. Warte mal, ich wurde auch getrollt. Aber wir haben es geschafft. Platz Nummer 1, Leute. Übrigens, ein neuer Rekord. Ich wäre schon 5 Sekunden eher da gewesen. Oh, yeah. Damit müssten wir jetzt eigentlich eine Doppelkrone haben. Aber ist mir egal. Ich will weiter rennen. Los, kommt her, ihr Noobs. Ich werde euch alle besiegen. Natürlich könnte man mal Vitamine, Lebkuchen. Jetzt trinke ich aber Hunger, Leute. Okay, zu dritt. Rennen wir um unser Leben. Let's go. Ab geht die Post. Okay, was haben wir? Wir haben erstmal Unsichtbarkeit. Und nochmal Unsichtbarkeit. Die Unsichtbarkeit ist halt gut. Oh, mein Gott. Warte mal, wir sind dritter. Wir sind dritter. Wir müssen uns beeilen. Zack, ihn habe ich. Oh, mein Gott. Ich habe den Gift eingesprüht. Aber ich bin in die Banane gelaufen. Okay, Leute. Wir sind jetzt echt gerade der letzte Platz. Wir sollten uns mal ein bisschen beeilen. Vielleicht mit Dynamit nach vorne. Hat ja super geklappt. Okay, Weitsprung. So, komm, komm, komm. Wir müssen jetzt mal ein bisschen was machen, Freunde. So, Verwirrung. Und geht mal beide in die andere Richtung. Haha, da gehen wir an den beiden vorbei. So, okay. Let's go. Sieht gut aus. Woppa. Wir springen einfach über die Drüben. Nee, ey. Der hat uns einfach mit dem Dynamit getroffen, Freunde. Und jetzt treffe ich ihn hoffentlich mit dem Dynamit. Und? Naja, das war ja mal super. So, und bam. Let's go. Und nein. Ich habe den Speedboost verpasst. Komm, komm, komm. Leute, ich will meine Krone nicht verlieren. Und okay, eine Mine. Okay, den Vitamine hätten wir schon mal oben geschnitzelt. Und? Nein. Nein, ich bin nur Platz Nummer 2. Das kann doch nicht sein, Freunde. Ich meine, ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. Aber ich bin nur Platz Nummer 2. Was soll denn das? Und ich habe eine neue Liga errungen. Stein Liga 2. Haha, cool, Leute. Und gleich bin ich übrigens Level 10. Da können wir uns neue Haustiere kaufen. Aber jetzt mache ich auf jeden Fall jemanden platt. Also Platz 1 muss ich erreichen. Denn ich möchte unbedingt meine Krone wieder. Auf den Kopf muss die Krone. Ja, okay. Ich weiß, die muss da nicht rauf. Aber ich will sie. Okay. Gegen die beiden bin ich noch nicht gerannt. Und wir rennen mal durch die Wüste. Let's go. So. Okay, okay, okay. Wir sind am Start. Wir machen uns unsichtbar. Dann können wir nämlich nicht mehr getroffen werden. Egal von was. Aber oh mein Gott. Die sind noch uns ganz, ganz dicht auf den Fersen. So. Dynamit. Oh, warte mal. Ich lasse ihn vor. Und. Ah nein. Er hat. Oh Mann. Das war so dämlich von uns, Freunde. Denn er hatte gerade sein Schutzschild aktiviert. Egal. Wir sind Platz 1. Komm. Können wir vielleicht sogar einen neuen Rekord aufstellen? Und läuft jemand in meine Mine? Und. Haha. Kratsch. 7, 7. Noch was. Ist irgendwie in meine Mine gelaufen. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock hättet. Auf jeden Fall als Community das mal zusammen zu spielen. Ich würde sagen. Bei 2000 Likes werden wir das gemeinsam zocken. Und hey. Wer hat mich als Baby geschrumpft, Mann. Was soll denn das? Was? Und da hinten ist das Ziel. Nein. 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 Okay. Okay. So. Komm. Komm. Du bist in Gift getrankt. So. Komm. Mine. Und. Komm. Komm. Ja. Let's go. Wir haben unsere Krone wieder. Juhu. 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 So. So wie ich. So wie ich. Gute Fähigkeiten. So. Okay. Warte mal. Dynamit. Bam. Warte mal. Was? Aber wir haben ihn auch getroffen. Er hat uns getroffen. Und danach haben wir ihn getroffen. So. Und ich bin Platz Nummer 3. Okay. Wir sind halt echt weit hinten gerade. Let's go. Erstmal wieder hochspringen. Er hat. Oh mein Gott. Warte mal. Der hat Feuer aktiviert. Oh mein Gott. Diesen Feuer Run. Den bräuchte ich eigentlich auch, Leute. Oh Mann. Ey. Okay. 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 Komm. Vitamine. Du bist gerade noch hinter ihm. So. Komm. Wir brauchen. Oh nein. Wir brauchen wieder Geschenke, Leute. Nein. Wir brauchen wirklich Geschenke, Leute. Okay. Wir haben ein großes Problem. Wir haben nämlich gerade keine Items mehr. Und er macht uns fertig. Mist. Damit hat er uns auf jeden Fall ein bisschen nach hinten geboostet. Und ich weiß nicht, ob wir ihn jemals nochmal einkriegen. Ich meine, ich kann es vorwerfen. Es hat keinen Sinn. Oh nein. Vielleicht werden wir sogar noch. Nein. Wir werden wahrscheinlich sogar noch den Platz verlieren, oder? Let's go. Und ja. Und let's go. Platz Nummer 2. Rabadabadu. Platz Nummer 2. Let's go. Ja, Leute. Ich weiß. Ich bin mega verrückt. Aber irgendwie ist das Spiel geil. Kennt ihr das Spiel? Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und wenn nein, lasst auch einen hoch. Okay. Jetzt reicht es mir, Leute. Ich mache jetzt meine ganzen drei Hummeln an. Guckt ihr. Ich mache euch fertig. Und übrigens, der Lulu Gamer, der ist wie gesagt in der besten Liga. Naja. Egal. Den werden wir auf jeden Fall fertig machen, Freunde. Keine Sorge. Ich habe vor nichts und niemandem Angst. Glaubt mir das. Und das werde ich euch bezeugen. Ich habe nämlich drei Hummeln hinter mir. Okay. Konzentration. Gegen ihn haben wir gerade eben verloren. Gegen Daumen. Okay. Aber jetzt bin ich gerade noch Platz Nummer 1. Unsichtbar machen wir uns. Damit keine Attacke gegen uns kommt. So. Wir nehmen unten den Boosted. Okay. Gut, 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 gut. Das war sehr nice. Wieder Unsichtbaut. Oh nein. Er hat uns vergiftet. Warte mal ab. Du bist nur ganz, ganz kurz und wenig vor mir. Und ha. Da bist du wieder hinter mir. Ich habe den Mega-Jump aktiviert. Juhu. Oh nein. Was macht er mit dem Magnet? Zieht er uns natürlich nach hinten. Aber wir haben... Okay. Eine Mine. Eine Mine ist mega gut. Und ja. Wir haben ihn zerstört. Und das ist schon mal mega wichtig. Und jetzt haben wir die beste Attacke, die wir je haben. Und ha. Guckt euch mal da unten da. Die laufen auf einmal in die falsche Richtung. Damit haben wir auf jeden Fall sehr, sehr großen Abstand uns holen können. Und ich mache mich unsichtbar. Und deine Attacke ist weg, Demon Gamer. Dann glaub mir. Ich werde mir auf jeden Fall meine Krone wiederholen, die du mir geklaut hast. Und warte mal. Wir haben noch Dynamit. Kann ich das auch hinterwerfen? Und... Nee. Okay. Ich gehe rein. Let's go. Haha. Da kommt das Axel-Oto als letztes. Moin, moin. Und wir haben damit auf jeden Fall wieder was für unsere Liga getan. Let's go. Ha. Damit haben wir auf jeden Fall unsere Krone wieder zurückgeholt. Und unten steht, wir haben fast 100 Trophäen gesammelt. Naja. Gut. Und auf Platz 1 zu kommen, fehlen uns ja nur noch 6800. Naja. Das werden wir vielleicht irgendwann noch schaffen. Aber Freunde. Ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat und ich denn mehr solch coolen Videos sehen wollt. Dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, um keinen neuen Videos mehr zu verpassen. Schreibt jetzt noch ein nettes Kommentar. Schaut gerne noch bei meinem Merch vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen beim neuen neuen Video. Bis dahin. Tschüss.